Wir haben heute schon ein Volksfest. Krisen dürfen wir nicht mehr sagen. Es haben uns die Oknoderfestwürde in München verboten. Es ist ein Geschutz zertiert inzwischen. Es wurscht. Wir lieben unser Volksfest. 345 Tage Volksfest. Lose zeigt sich jetzt vorbei. Die Schützen haben vorhin schon ihre Könige programmiert. Sie sind da. Die ganze Prominenz ist da. Unsere beiden Schirmherren. Prof. Andreas Stettberger und Landrat Anton Knapp. Sowie Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl. Herzlich willkommen hier im Zelt. Und jetzt kommen wir zur bestgehütten Geheimwiese hineingestellt. Nämlich die Programmation der Wiesenkönigin. Wir haben kein Zweiten, kein Dritten, sondern wir haben nur eine Königin Besuch meines Volksfest-Ausschusses Soto Grimmel und Anton Strasser. Bitte in den Marsch. Applaus So, hier ist die gewaltte Volksfest-Prominenz. Der Breider Festwirt und die Vorstände des Volksfest-Ausschusses. Und hier ist die wichtigste Person im Eigenschaft Volksfest. Unsere Wiesenkönigin 2015. Und bevor ich jetzt was Falsches sage. Alter, Größe, Name. Sie soll sich selber vorstellen. Dankeschön. Dankeschön. Also, ich möchte euch alle jetzt mal recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass so viele Leute da sind. Ich bin die Sandra. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Eichstätt. Das Volksfest... Applaus Das Volksfest begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Das hat mich verfolgt. Jedes Jahr musste einfach ein Wiesn-Besuch sein. Ich bin quasi damit aufgewachsen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heuer eure Wiesenkönigin sein darf. Ich freue mich auf die Woche. Ich glaube, wir werden viel Freude und viel Spaß miteinander haben. Und ich wünsche euch eine super Woche. Ihr werdet viel Spaß haben. Applaus Ja, liebe Sandra, der Volksfestenausschuss wünscht dir eine friedliche, eine fröhliche, schöne Wiesn 2015. Viel Spaß mit deinem Onkel. Applaus So, jetzt brauche ich mir noch was zum Anstoßen. Haben wir nichts zum Trinken, oder? Ja, liebe Volksfest-Gemeinschaft, liebe Ergstädter, liebe Zugrasssee. Ich als Freude darf euch natürlich auch recht herzlich begrüßen hier im Festzell 2015. Heuer zum 203. Volksfest. Seit 203 Jahren sagen wir so. Lasst es euch gut gehen. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß und ein Zug durchscht. Und jetzt gebe ich euch noch weiter an unserem Festzell. Viel Spaß, lasst es euch gut. Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte euch auch herzlich begrüßen zu unserer Wiesn. Ich hoffe, wir haben wieder so eine schöne Wiesn wie die letzten zwei Jahre, wo ich als erstes festgestellt war. Also in der dritten Saison, nicht in der zweiten, wie es in der Zeitung standen ist. Ich hoffe, es wird eine friedliche Wiesn, wie sie immer immer so schön sagen. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Der Wiesn könne ich den Menschen noch einen schönen Gummelsstraße überreichen. Ich hoffe, es ist der erste. Und werden viele in den zehn Tagen bestimmt noch folgen. Ich hoffe, es wird eine schöne Wiesn. So, wir stoßen jetzt alle an auf eine schöne Wiesn. Ja, ich hoffe, es wird eine Wiesn so. Auf ein schönes Eingestell, der Volksfest. Mit Volksfestbier. So, Prost. Auf eine friedliche Wiesn 2015. Prost. 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 Wolverine. Prost.